Hallo, ich bin Uwe Petersen. Ihr kennt mich ja schon von meinen zahlreichen Trommelvideos auf YouTube. Bei mir könnt ihr jetzt auch Unterricht nehmen, und zwar hier in Düsseldorf, in meinem Proberaum. Bei mir könnt ihr lernen, wie man die Sticks richtig hält. Koordinationsübungen für Hände und Füße und natürlich das Groove Playing mit zahlreichen Playalongs. Also, falls Interesse besteht, einfach eine E-Mail an die Adresse da unten schicken und dann schauen wir mal. Ich hoffe, ich sehe euch bald. Ciao! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020